das wäre auch eine coole sache ist richtig geil du hast kannst doch lieb fliegen oder ja aber hat nicht die leute heilheit willkommen zurück bei blende z2 heute wieder dabei ewig killer und wir sind auf amerisch war ja noch zwei kontinente gesperrt wurden leider schade um isa mir noch froh sind wurden halt nicht gehen der froh sind ist kein groß sind ja was gibt es nur ich habe das platon nicht das platon ich habe mein outfit gewechselt in die dafür zeugen und ich zeige dem in die orbital independent force das ist ein deutsches platon von epic killer auch bis gleich gründungsmitglied leider nicht aber wir sind das sehr lustige menschen dabei hat macht sehr viel spaß auf jeden fall ja und jetzt gucken wir dass man hier ein paar waren es ärgern oder das sind muss sie nicht hier so unter uns ist eigentlich die station ist gar nicht um kämpft großartig rechts reich sandi also unser sony da ist echt gar nichts los mit schütze sagt die wachtung ich hatte das habe ich jetzt nicht gesehen und ein schwerer panzer weiß nur leider nicht wo der ist naja und meinte meiß ich habe ich nicht gesehen dass das geschützt besetzte da hekt einer so waren die so schon wieder weg ist wirklich herrne kommst du irgendwie dann ist born aber langsam jetzt flack macht mich fertig wie ich das hört hast du mir jetzt 1280 1280 habe ich mehr 2 1287 1345 ich habe jetzt nicht bei noch gespielt gestern abend eine stunde aber jetzt haben wir so viele punkte gemacht dass man nicht mehr feierlich bei index evakuation exekutative auf jeden fall da haben wir richtig viele brawler weggemacht und die geben ja punkte ohne ende wenn die weg geschreddert ja ich hoffe dass ich mal die auch mit zur aufnahme mitbringen kann müssen wir nachher ansprechen dass die auch mal mitmischen da bist du echt lustig mit denen bist du wieder da oder ja gerade herr ist noch ein bisschen wo eingehen operation hoffentlich auf amerisch da wird sie ja noch voller ja ist ja nichts los hier aber bei der arme punkten oder wie schießt mich schon wieder was so gerade repariert wird als ganz schlechtes kamer und da auch was ist eigentlich noch besser gegen panzer also von raketen für weaver eigentlich doch sind die helfer mit die besten eigentlich schon helfer ja ich habe nur die brecher deswegen muss nicht dass ich nur die brecher raketen habe nicht umfallen nein die brecher und bei ich mit die besten eigentlich was okay weil ich mache es ja so gut wie gar kein damage und wir holen uns den lip und schreitern die weg das wäre auch eine coole sache ist richtig geil du hast kannst auch lieb fliegen oder ja aber hat nicht die leute woche haben wir halt nur die schreter ja eben die freie ich die waffe die hätte ich gern auf dem sunday oder so wird dann wir schon wieder gepowert ich lege mich da bin das geigert an genau ich habe es gerade ich habe meines normaler leiten aber nein jetzt hat er mich dass der mich jetzt hat es war noch die flack vom wir fehlen nur noch sechs und 116 kills und dann habe ich meine eben acht eben vier auf axiom dann gibt sie wieder 200 sätze zu super das will ich aber gar nicht nicht erfassen macht es echt kein spaß nicht wie letztes mal machen wir eben machst du dein sunday du kannst ja sowieso tun normalerweise vorne als eigen also stimmt aber jetzt ist er weg also jetzt haben sie jetzt wieder angestellt meine nicht schreit deswegen hat man aber nicht ja dann ist gut ein ziemlich lautes organ für ihre anderthalb jahre wo sie alt ist das ziemlich lautes organ hat das kann man gar nicht glauben was so kleine kinder schreien können was sagst du eigentlich von annual tournament was normal annual tournament das heißt von dem spiel kenne ich gar nicht nicht es ist das kult spiel ut recht nicht hast du echt was verpasst ist ein richtig geiles shooter spiel also das erste war richtig die nachfolgemodelle war nicht jetzt nicht so der förder natürlich grafisch waren sie deutlich besser aber das erste anwählte sammeln früher wo ich noch in deinem alter war richtig gesuchtet das richtig wann gemacht wir hätten schlicht über den lightning der wiper und schießt alle infanterie weg der panzer ja auf jeden fall ich habe da jetzt das neueste schon runtergeladen also da gibt es jetzt eine pre alpha download version also hinter dem sand die ist ein lightning die skype hat gesehen habe ihn und mit kill natürlich ja wie war habe ich die pre alpha da jetzt runtergeladen das spiel macht richtig fall jetzt muss ich nur gucken ob ich irgendwie den server husten kann dann können wir mal spiel muss ich dann noch muss ich mal schauen ich mir dann auch download ja ist nur ein gigabyte groß habe ich nur april helfer da ist jemand an man sagen die schon wieder auja scheiße habe ich bin fast tot das an die leute das ding ich und man dann die nachrüsten jetzt kommt noch ein ding schwerer panzer sind sie viel nachholen ich habe jetzt gerade gewächst zum rebsen aber ich holte sie vier habe ich dann machen wir den san die ellen panzer weg meinst du ja kommt jetzt rum pass auf jetzt ist er bei dir nein ist das bitte für runter gekommen ich habe abgelenkt ja ich komme nicht dran scheiße aber er hat mich dann doch noch gesehen und da brauchst du nur ein schuss von dem scheiß dinge aber wenn er jetzt weiter weg ist ich habe nur das c4 auf meiner leichten ich auch jetzt kommt wir leiten von oben zwei leiten eine eine kakerlake die einfach so schlechte schichten wird gegen den stein es kommt darunter warum hebt das nicht das überlebt er nicht mehr lange boah fuck off habe ich kein c4 mehr super warum blieb das c4 bei mir nicht doch haft c4 oder nicht ja schon nicht gehabt ist gerade runtergerutscht dann gehen wir zurück nach food hills hat auch ich lebe noch also ich gehe mal zu food hills das wird gerade gecaptured max 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 haben sie zu fünf der mac weiter um mich umklammert und dann jetzt sind sicher wenn wir dann wenn man den punkt zurückgeholt gecaptured haben holen wir unsere lip und dann schreddermesser weg bisschen dinge aus müssen wir das hier verteidigen also weil ich gesehen habe war kein lightning skycard also ist so dann haben wir gute karten immer schön hoch den drüber ziehen oder war gesessen und 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 und